Herr Scherf, als Sie das gehört haben, das Wort mit den Pashas, den Satz mit den Pashas, was haben Sie gedacht? Als Mann von der Basis, als Landrat. Mittlerweile habe ich gelernt, ich werde das P-Wort nicht in den Mund nehmen, weil ich habe erkannt, welches Verhetzungspotenzial dieses Wort hat. Aber ich stelle mir die Frage, debattieren wir wirklich darüber, was gemeint ist? Denn wenn ich mir anschaue, unter der Prämisse, dass Migration auch in meinem Landkreis im Großen und Ganzen eine Erfolgsgeschichte ist, aber wenn ich in meine Kindergärten schaue, in die Schulen, in die normale Interaktion, dann haben wir ein Problem damit, dass wir Verhaltensweisen haben, die finde ich mit dem P-Wort eigentlich noch verniedlichend umschrieben, die die Frauen nicht ernst nehmen. Um es konkret zu machen, dass Lehrerinnen nicht ernst genommen werden von Vätern, dass Mütter nicht alleine zu Elternsprechabenden kommen dürfen, dass junge Frauen, Mädchen in der Berufsschule Angst davor haben, wenn sie sich im Unterricht äußern, dass Jungs, Männer in der Verwandtschaft das weitererzählen, weil sie unter der Kontrolle stehen der männlichen Familienmitglieder. Darf ich noch mal fragen, was ist schlimm daran, sich im Unterricht zu äußern? Ja, weil es kann ja sein, dass sie dort Dinge äußert, die ich in der liberalen Gesellschaft freiheitlich ... Beispiel, können Sie das mal konkret meinen, würde ich interessieren, was Ihnen konkret durch den Kopf geht, wenn Sie das sagen? Ja, wir hatten vor einigen Monaten in unserer Berufsschule ein Projekt, wo es Umgang mit Judentum, mit jüdischen Menschen ging. Und dann geht es darum, dass gewisse Männer meinen, wenn ich Muslimin bin, darf ich mit jüdischen Menschen nicht reden. Und das Problem ist, würde sie jetzt im Unterricht mit dieser Person sprechen, dann wird das aber durchgesteckt, kommt in der Familie und dort hat es dann für sie negative Konsequenzen. Und ich denke, über diese Formen müssen wir schon sprechen. Das ist nicht ... Ich möchte noch mal sagen, ja, das ist auch gerade mein Landkreis, wir sind ein Industrielandkreis, wir haben eine starke Migrationsgeschichte und die Migration ist in großen Teilen gelungen. Aber wenn sie auch in Zukunft gelingen soll und wenn Integration gelingen soll, dann müssen wir auch den Mut haben, Missstände ganz offen anzusprechen, ohne dass wir dann diffamiert werden, dass wir damit alle verunglimpfen wollen. Aber wir müssen über die Missstände sprechen können, um auch was dagegen unternehmen zu können. Aber Sie sind nicht in der CSU, auch nicht in der CDU, Sie sind auch nicht in der SPD, Sie sind ein grüner Landrat. Ja. Wenn Sie das jetzt so sagen, das überlegen Sie sich ja ganz genau, in so einer Sendung auch. Wie kommt das draußen in Ihrer grünen Blase an? Ihre eigene Partei? Also, der Ausgangspunkt meiner Arbeit ist jetzt nicht die grüne Blase, ist nicht die grüne Partei. Ich habe als Landrat eine Verantwortung für meinen Landkreis. Und da fängt die Politik mit der Wahrnehmung und der Beschreibung der Wirklichkeit an. Und wenn ich natürlich jetzt darüber spreche, dass nicht alles beim Thema Integration und Migration gut läuft, sorgt das natürlich erst mal für eine gewisse Aufmerksamkeit in der grünen Partei. Das ist jetzt natürlich kein wunderschönes, rosarotes Thema. Aber es wird zugehört. Und ich glaube, es gehört auch dazu, dass das Themen, die einem sehr am Herzen liegen, die einem sehr wichtig sind, dass man dann auch gerade da über Fehlentwicklungen, und wenn sie nur ein Teilen sind, die offen anspricht. Ist es anstrengend, aber es funktioniert? Ist anstrengend, genau. Das ist ja das, worüber wir auch gleich mit Juli C. noch sprechen wollen. Ich meine, wenn man sowas sagt, meine Erfahrung ist immer, jemand, der auch hier in der Sendung sitzt, der überlegt sich ganz genau, möchte ich ein ruhiges Wochenende haben oder stehe ich das durch? Ja. Sie wollen es offen, darüber habe ich nachgedacht. Ja. Tue ich es mir an? Sehen Sie, ich wusste es. Oder mache ich mir einen schönen, ruhigen Abend zu Hause und erspare es mir. So, und Sie haben es sich jetzt angetan? Ja. Im Januar haben Sie schon einen Brief geschrieben. Offenbar brennt die Hütte derart, dass Sie sagen, muss jetzt sein. Ja. Was war der Anlass für diesen, wenn ich sage Brandbrief, ist es eigentlich genauso gemeint? Es ist ein Hilferuf gewesen. Es ist ein Hilferuf gewesen, dass das sowohl auf der bundes- und landespolitischen Ebene eine Problematik bitte wirklich wahrgenommen wird und wir nicht diese parteipolitischen Streitereien, dieses oberflächliche Gerede über Migration, Integration, über Flüchtlinge, sondern wirklich wahrnehmen, dass wir auf der kommunalen Ebene, weil wir haben am Ende die Aufgabe, aber die Menschen ja nicht nur unterzubringen, worüber vordergründig gesprochen wird, Hauptsache sie haben irgendwo ein Bett und wenn es irgendwo noch in der Notunterkunft ist, sondern wir haben die ganzen Folgeaufgaben der Betreuung, der Integration und wir sind im Jahr 2022 im Herbst, Winter in eine Situation hineingekommen, wo wir einfach sehenden Auges unsere Leistungsgrenzen wirklich nachhaltig überschreiten und nicht mehr in der Lage sind, das verantwortungsvoll zu leisten. Die Lage der Aufnahme und Versorgung der Geflüchteten ist prekär und droht für uns Kommunen nicht mehr beherrschbar zu werden. Ja. Über welche Zahlen reden wir? Im Landkreis ist ungefähr 130.000 Menschen groß, ne? Ja. Und Sie haben, helfen Sie uns mal, Herr Scherf. Man muss es ja mal ein bisschen geschichtlich aufarbeiten. Wir hatten die erste große Phase in den Jahren 2014 folgende. Davon haben wir jetzt bestimmt noch 700, 800, 900 Menschen übrig, die noch bei uns im Landkreis leben und mehr oder weniger noch betreut werden. Wir haben im vergangenen... Was heißt mehr oder weniger betreut werden? Lass uns bitte einmal konkret reden hier. Sehr gerne. Das heißt, wenn wir jetzt in unsere Berufsschule Miltenberg-Obernburg schauen, habe ich dort sieben Berufsintegrationsklassen. Das sind sieben Klassen mit jungen Menschen, so zwischen 18 und 25. Und wir bereiten die in zwei Jahren darauf vor, dass sie ausbildungsreif, dass sie eine berufliche Ausbildung beginnen können. Und das sind größtenteils Menschen, die in den Jahren 14, 15, 16 zu uns gekommen sind. Sie sind wie alt? So zwischen 18 und bis 25. Okay. Und daran arbeiten wir noch. Und das ist richtig intensive, eine sensationell engagierte Arbeit auch der Lehrkräfte. Aber ja, es geht jetzt noch darum, die fit zu machen für die berufliche Ausbildung. Also wir sind da noch am Arbeiten. Es ist noch nicht abgeschlossen. Entschuldigung, ich muss noch das so sagen. 25 junge Menschen in einer Klasse. 25, diese im ersten Jahr, die notwendigen sprachlichen Fertigkeiten, gesellschaftliche Werteorientierung und im zweiten Jahr dann die berufliche Vorbereitung. Trotzdem nochmal, meine Frage ist, deswegen habe ich diesen, also wenn man die nackten Zahlen sieht, dann versteht man diesen Aufschrei nicht so richtig. Man hört die nackten Zahlen, man sagt 130.000 leben bei Ihnen ungefähr Menschen. Richtig, genau. Und Sie haben ungefähr 3.000. Sagen wir mal insgesamt 3.000, dann kommen jetzt nochmal, wir haben 1.600 Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Das hat sehr gut aufgrund einer großen gesellschaftlichen Einsatzbereitschaft, Hilfsbereitschaft sehr gut funktioniert. Und jetzt im Herbst hat sich wieder in historische Höchstdimensionen die Zuwanderung Geflüchteter aus Afghanistan, aus Syrien und aus dem nordafrikanischen Raum entwickelt. Das bedeutet, ich weiß, das ist glaube ich das größte Problem, was wir Kommunalpolitikerinnen, Landrätinnen, Landräte haben, dass die Zahlen nicht so spektakulär wirken. Was heißt das schon, wenn in meinem Landkreis jede Woche 30, 40 Geflüchtete kommen? Aber 30 oder 40 Geflüchtete in der Woche heißt, ich brauche zwei neue dezentrale Unterkünfte. Ich muss zwei Häuser anmieten, ich muss die finden. Wo finden Sie die? Wie machen Sie das? Allmählich nicht mehr. Weil auch das, was gerade in den Großstädten nicht wahrgenommen wird, auch in den ländlichen Räumen, Landkreis Miltenberg, Metropolregion Frankfurt, Rhein-Main. Wir haben schon im vergangenen Jahrzehnt, Ende des Jahrzehnts, hat sich ein großer Wohnraummangel entwickelt. Wenn wir Fachkräfte anwerben wollen, junge Leute, fehlt uns Wohnraum. Also wir haben schon eine Wohnraumnot. Das heißt, Sie haben die simple Problematik, Sie können die Leute schlicht nicht unterbringen. Ich finde, wir haben jetzt im Januar noch mal, ja, gefühlt würde ich sagen, die letzten leer stehenden Häuser akquiriert. Das wird jetzt immer schwerer. Wir haben keinen Wohnraum. Und weshalb ich ja auch immer darauf hinweise, es geht nicht nur darum, die Menschen jetzt in Notunterkünften oder in Flüchtlingsunterkünften unterzubringen. Die Menschen haben eine Bleibeperspektive, gerade wenn sie aus Syrien, aus Afghanistan kommen. Danach müssen sie auf dem regulären Wohnungsmarkt Wohnraum finden. Den haben wir de facto nicht. Und dann kommt noch das Thema Familiennachzug dazu. Und ja, da sind wir bei der Macht des Faktischen. Wir haben diesen Wohnraum nicht. Und ich sage noch mal, da reden wir jetzt alleine nur über den Wohnraum. Wenn Sie mich das jetzt gerade nur in Kindergartenplätze. Wir haben momentan Mühe, unsere Bevölkerung überhaupt den regulären Bedarf an Kindergartenplätzen zu decken. Wir investieren, die Gemeinden verschulden sich für den Bau neuer Kindergärten. Unsere Schulen sind voll. Kinderärztliche Versorgung ... Sie haben die Lehrkräfte nicht? Wie bitte? Sie haben die Lehrerinnen und Lehrer nicht? Die Lehrerinnen und Lehrer, ja. Mittlerweile reicht ein abgeschlossenes Studium und sie werden vor die Klasse gestellt. Kinderärztliche Versorgung. Wir hatten im vergangenen Sommer Probleme gehabt bei den ukrainischen Kindern. Die Masernschutzimpfung, die Voraussetzung war, um in den Kindergarten zu gehen, die war nicht über die regulären medizinischen Versorgungsstrukturen abdeckbar. Also es fehlt an allem. Juli C. Mein Eindruck ist, es ist sehr interessant, dass wir uns noch nicht an dem Punkt befinden, an dem wir das nicht bewältigen können. Ja, vielleicht ist das nur ein frommer Wunsch. Also ich glaube, es gibt Ballungszentren für diese Probleme. Das sind gerade Regionen, in denen sowieso schon Wohnungsnot herrscht, wenig Unterbringungsmöglichkeiten bestehen. Aus den Gegenden, wo ich jetzt herkomme, Ostdeutschland eher ländlicher Raum. Ich bin wirklich keine Expertin, ich will nichts Falsches sagen. Ich höre es eher so, durch Leute, die in dem Bereich arbeiten, sind die Belastungsgrenzen noch nicht erschöpft. Da wäre eventuell noch mehr Platz. Was mir auffällt, ist, dass die Themen, die Sie ansprechen, Wohnungsnot, Bildungsnotstand, ärztliche Versorgung nicht gewährleistet, Kindergartenplätze fehlen. Das sind alles Bereiche, in denen wir auch schon jenseits von Flüchtlingsproblematiken als Land vor Jahren angefangen haben, zu versagen. Also wo wir von falschen demografischen Erwartungen ausgegangen sind, wo wir korrekte demografische Erwartungen missachtet haben, die Bedarfe nicht richtig eingeschätzt haben und eingespart, eingespart, eingespart. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo jede weitere Herausforderung eigentlich nicht mehr zu stemmen ist. Also ich fände es gut, wenn man diese Themen noch ausweiten würde und sagen, das ist eine Flüchtlingsproblematik. Aber das betrifft auch unser gesamtes Land in seinem substanziellen Aufbau. Das sind eigentlich die tragenden Pfeile einer Gesellschaft, dass die Bildung stimmt, dass Wohnungen da sind, dass die Gesundheitsversorgung da ist, klassische Daseinsvorsorge. Und wenn wir uns da den Spiegel vor das Gesicht halten und sagen, da sind wir an einem Rand angelangt, da können wir keinen Menschen mehr mit integrieren aufnehmen, dann ist das ein Weckruf, der weit über die von Ihnen jetzt adressierte Problematik ja noch hinausgeht. Ich habe das vorhin gesagt, Serap Güler beschäftigt sich seit 20 Jahren mit dieser Thematik. Wie kann es sein, dass wir immer wieder auf solche Situationen zusteuern und alles wirkt unvorstellbar hilflos? Bis hin zu dem EU-Migrationsgipfel. Wenn man sich dieses Abschlussdokument anguckt, können wir vielleicht auch gleich noch mal einen Satz darüber reden. Das ist dann so ganz Wattebauschig die Rede von Infrastruktur, die gebaut werden soll. Gemeint sind Zäune. Aber keiner traut sich, das Wort Zäune zu sagen. Also da ist unvorstellbar viel Scheinheiligkeit und zumindest sich nicht ehrlich machen im Spiel. Wir sind manchmal ein bisschen wie die drei Affen unterwegs. Vor allem der Affe, der sich die Augen zuklappt. Das war 2015 auch nicht anders. Der Krieg in Syrien ist ja nicht 2015 ausgebrochen. Und die Lage in den Flüchtlingszentren vom UNHCR, von anderen, ist ja nicht 2015 erst so schlimm gewesen. Sondern das fing sukzessive an. Wir haben immer gedacht, wir sind hier geschützt. Das erreicht uns nicht. Und als durch Corona die Zahlen runtergingen, hatten wir diese Illusion auch wieder. Jetzt regelt sich das, pendelt sich das alles wieder ein. Jetzt kommt nichts. Und hinzu kommt allerdings, zur Wahrheit gehört auch, auch der Ukraine-Krieg stand bei vielen von uns nicht auf dem Plan. Bei den Amerikanern vielleicht. Aber viele haben lange daran geglaubt, das passiert nicht. Und jetzt waren wir vor allem letztes Jahr in der Situation, in der der Libanon 2013, 2014 war. Oder die Türkei, weil wir als direkter Nachbarstaat oder als Nachbarstaat natürlich betroffen waren. Zusammen mit Polen. Sind ja fast identisch die Zahlen. Sind ja ungefähr bei einer Million mit Polen aufgenommen. Eine Million haben wir letztes Jahr aufgenommen. Und ich bin komplett bei meinen Mitrednern. Die Infrastruktur ist ja genau das Problem. Es geht ja nicht darum, dass wenn wir sagen, wir möchten Menschen aufnehmen, ihnen Schutz bieten. Ist ja alles richtig. Aber wenn es nur die Aufnahme ist, das heißt ein Dach über dem Kopf und eine warme Mahlzeit, dann muss man sich tatsächlich die Frage stellen, ob man nicht eher in den Herkunftsregionen hilft. Das kriegen wir da nämlich auch hin. Es gehört aber bei uns zu einer Integration, so wie wir es verstehen, politisch wahrhaben wollen. Dafür haben wir ja auch lange gebraucht. Einfach viel mehr. Das fängt beim Kita-Platz an. Das fängt bei den Integrationskursen an. Das sind die Schulen. Das sind ganz, ganz viele andere Faktoren. Das ist ein Wohnraum. Wie kann denn Integration gelingen, wenn ich Menschen sehr, sehr lange in Turnhallen hausen lasse? Was wir 2015, 2016 hatten. 26 Turnhallen waren in meiner Stadt, in Köln. 2015, 2016 belegt. Wie soll da Integration gelingen? Also insofern, all diese Infrastruktur, die dahinter steht, die haben wir nicht. Die haben wir schon ohne Flüchtlinge nicht unbedingt. Stichwort auch Fachkräftemangel. Aber die haben wir gerade bei einer so hohen Zahl, die wir aufnehmen wollen, aufnehmen müssen, einfach nicht. Sodass wir am Ende sagen, eigentlich können wir diese Menschen gar nicht in dieser Größe aufnehmen. Okay. Was ist dann die Konsequenz daraus? Warum sind wir nicht in der Lage, auch politisch das dann klar zu sagen? Warum? Herr Schaaf fühlt sich ja, wenn ich ihn richtig verstehe, völlig alleingelassen. Hat Ihnen jemand geantwortet auf Ihren Brief? Aus dem Bundeskanzleramt kam keine Antwort. Alleingelassen fühle ich mich nicht. Ich habe meine bayerischen Landratskolleginnen und Kollegen, denn die Geschichte meines Briefes hat ja die Vorgeschichte, dass wir uns im November schon als bayerische Landrätinnen und Landräte gemeinsam an den Bundeskanzler gewandt haben, auch keine Antwort bekommen haben. Weshalb ich dann meinen eigenen nachgelegt habe. Aber ich bekomme viel Zuspruch aus der kommunalpolitischen Ebene, auch aus meiner Partei, weil wir da schon jetzt auch sehr intensiv konzeptionell darüber diskutieren. Aber was ist denn die Lösung, Herr Schaaf? Lass uns einmal nach vorne diskutieren. Wie kann denn sowas aussehen? Was bedeutet all das denn in der Konsequenz? Sehr viel. Das ist ja schon in der Antwort gerade angeklungen. Man kann zum einen damit anfangen, dass es wirklich mit einer wirkungsvollen Flüchtlingshilfe vor Ort in den Regionen anfängt. Denn wenn wir uns dort die Situation anschauen, sehen wir, dass die Lage dort weitestgehend desolat ist. Das heißt, wir müssen da viel mehr Verantwortung übernehmen, die Vereinten Nationen das Flüchtlingshilfswerk wieder ermächtigen, dort wirklich wirkungsvolle Hilfe zu leisten. Und wir müssen uns dann auch Gedanken darüber machen, wenn wir Menschen in Not helfen wollen, nach der Flüchtlingskonvention, wie kommen die Menschen zu uns? Denn jetzt ist es ja so, dass die Menschen nur die Möglichkeit haben, sei es aus Afghanistan, Syrien oder aus dem afrikanischen Raum, über einen eigentlich vollkommen desolaten Weg, der von Gewalt, Kriminalität, Schlepperei, Vergewaltigung und allem geprägt ist, dann muss illegal die EU-Außengrenze, dann muss man irgendwie noch illegal durch die anderen EU-Länder zu uns kommen, um dann humanitär geholfen zu bekommen. Also ich sehe schon den Bedarf, dass wir uns darüber wirklich konzeptionell Gedanken machen müssen, wie sieht das wirklich aus am Ende, jetzt aber mal wieder konkret auf uns Gemeinden. Es geht aber auch darum, wir Kommunen müssen kurzfristig entlastet werden. Das meine ich doch. Genau, und da fühlen wir Kommunen alle miteinander, egal ob es die Gemeinden, Städte oder Landkreise sind, schon alleine gelassen davon, weil dann gibt es die Zuständigkeit, einmal Bund, Länder und da ist aber nicht der wirkliche Handlungsdruck da, weil am Ende werden die Flüchtlinge, die in den staatlichen Einrichtungen nicht untergebracht werden, die werden den Kommunen zugewiesen und wir machen es am Ende irgendwie. Ich habe dieser Tage einen interessanten Satz gehört, Nancy Faeser war es, glaube ich, die sagte, naja gut, dann müssen die Landräte, die zuständigen Menschen wie Sie, halt mehr Gebäude benutzen, freigeben, die im Eigentum des Bundes sind. Hat der Bund überall so schöne Gebäude? Wie viele haben Sie von denen? Ich habe in meinem Landkreis davon gar keine Gebäude. An dem Thema sind wir seit Monaten dran und es geht nicht wirklich voran. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie so einen Satz hören? Das hat sie ja vor Monaten schon zugesagt. 4.000 Immobilien des Bundes. Und wenn man sich dann anschaut, was ist daraus passiert oder wie viele haben denn von diesen 4.000 Immobilien was bekommen? Das ist ... Sie haben keine? Nein, ich habe keine. Nein, ich bin ... Nein. Von daher ist auch keine Hilfe zu erwarten. Und wir erwarten uns da auch ... Aber Sie kriegen die Leute zugewiesen. Jede Woche 30, sagen Sie. Jetzt kommen nächste Woche wieder 30. Wo gehen Sie dann hin? Wo klopfen Sie an? Konkret. Es sind mittlerweile verzweifelte Hilfeaufrufe. Bitten an die Bevölkerung, wenn ihr Wohnraum habt, bitte meldet euch bei uns. Weil ansonsten, das nächste ist unsere Notuntergrund. Wir haben in einer alten Schule, dank der Unterstützung der Stadt Klingenberg, haben wir ein altes Schulgebäude, 4 Klassenzimmer. Ein Klassenzimmer ist jetzt der Essensraum. Drei Klassenzimmer sind Doppelstockbetten für jeweils 20 Menschen. Die Notunterkunft, in der Hoffnung, dass die Menschen dort nur vorübergehend leben, wenn wir wieder Wohnraum haben. Ich sage auch ganz klar, Turnhallen, Sporthallen ist zum einen in keinster Weise eine vernünftige Unterbringung, ist für mich aber eine wirkliche rote Linie, weil es dann wieder zu Lasten der Kinder und Jugendlichen geht, der Schulsport, der Vereinssport. Und das nach zwei oder drei Pandemiewintern. Und wenn wir anschauen, was gerade die Kinder und Jugendlichen in den vergangenen zwei oder drei Jahren mitgemacht haben, an Solidarität zeigen mussten und welche Folgen gesundheitlicher, körperlicher, psychischer, mentaler Art sie haben, kann es nicht sein, dass das wieder ist. Herr Macherberg, Sie wollten gerade... Ja, es macht mich natürlich wahnsinnig als politisch interessierten Menschen, wenn ich höre, wie lange sie schon über dieses Thema reden, dass sie im November Briefe schreiben, dass sie seit Jahren damit beschäftigt sind und dass wir dann in so einer Phase jetzt irgendwie wieder über Container nachdenken, über die Frage, wo wir noch eine Kaserne hinkriegen und dass wir einfach nicht in der Lage sind, dieses Thema mal langfristig anzugehen und nicht immer nur Pflaster drauf zu kleben. Ja, Flüchtlingspolitik... Ich meine, wir haben gerade 2022, Gerald Knaus, der Migrationsforscher, sagt das ja, das Jahr mit der größten Migrationsbewegung in Europa seit den 40er Jahren. Also, weil wir vorhin darüber diskutierten, ist es eigentlich schon so schlimm. Also, wir hatten letztes Jahr eine Million Ukrainer, darauf kamen 250.000 Asylanträge. Jetzt im Januar hatten wir schon wieder fast 30.000 in Deutschland, soweit ich weiß. Es ist wirklich ein riesengroßes Thema. Alle drei, vier Jahre entdecken wir es mal wieder, weil wir merken, ah, jetzt ist gerade wieder so ein Peak, jetzt müssen wir irgendwas tun. Dann reden wir über Containerdörfer und irgendwelche Sonderschulklassen. Oder wir reden über Upal zum Beispiel. Oder wir reden darüber, dass... Vielleicht kann die Regie die Bilder einmal zuspielen. Sie kennen die Geschichte aus Upal. Das ist genau ein kleiner Ort in Mecklenburg-Vorpommern, der ein Containerdorf kriegen soll. Wird gerade sozusagen die Wiese für freigeräumt und im Gewerbegebiet, soweit ich weiß. Und das Containerdorf wird halt mehr Flüchtlinge beherbergen, als dieses Dorf Einwohner hat. Und wenn man das nicht ordentlich kommuniziert, wenn den Leuten das nicht einleuchtet, dann kriegt man halt wieder solche Bilder. Jetzt muss man sagen, in Upal, da waren echt finstere Gestalten unterwegs. Auch Leute, mit denen man eigentlich nicht zusammen demonstriert, wenn man ein normaler Upaler Bürger ist, glaube ich. Und trotzdem, so was kommt von so was. Ich bin zunehmend ratlos. Wir müssten eigentlich seit 2015 in der EU und in Deutschland daran arbeiten, wie wir dieses Problem wirklich großflächig angehen. Das heißt, wie schaffen wir es, dass nicht immer noch der allergrößte Teil der Leute, die über die Außengrenzen kommen, nicht ordentlich registriert ist, wir gar nicht wissen, wer da ins Land kommt. Wieso reden wir immer noch nicht ordentlich darüber, wie wir vielleicht auch Asylverfahren in Herkunftsländern oder in Drittstaaten hinkriegen können? Warum sprechen wir nicht darüber, wir sprechen darüber, kriegen es aber nicht hin, vielleicht auch Abkommen mit Ländern zu schließen, die ihre Leute dann zurücknehmen, wenn sie hier nach einem hoffentlich schnellen Verfahren, das kriegen wir ja auch nicht hin, dann das Land wieder verlassen müssen. Überhaupt liegen wir seit vielen, vielen Jahren dem Selbstbetrug auf, dass dieses Thema Abschiebung irgendwie was lösen würde. Das ist aber nicht so. Wir sollten langsam lernen, dass Abschiebung ganz schwierig ist. Dass Leute, die einmal da sind, nur sehr, sehr selten, ein Fünftel ungefähr der Ausreisepflichtigen reißt überhaupt nur aus oder kann überhaupt nur abgeschoben werden. Sehr, sehr selten kriegen wir es hin, dieses Thema über Abschiebung und Ausreise zu lösen. Deswegen müssen wir wissen, wer ins Land kommt. Deswegen brauchen wir schnelle Verfahren. Deswegen brauchen wir vielleicht auch Verfahren an den Außengrenzen. Die Außengrenzen, wenn ich nur sagen darf, wir waren als bayerische Landräte, alle fünf Jahre fahren wir nach Brüssel, wir waren vor fünf Jahren dort gewesen. Das wurde uns versprochen. 2016 oder 2017 wurde uns Frontex, die Grenzschutzbehörde, versprochen, weil es ja nichts Schlimmes dabei ist. Wir wollen wissen, wer in die Europäische Union hineinkommt. Und jetzt waren wir im November wieder in Brüssel gewesen und Frontex soll jetzt allmählich einsatzfähig sein. Aber Herr Scherf, jetzt mal die, sozusagen die harte Frage an Sie, Sie als grüner Landrat, sollen wir Zäune aufstellen? An bestimmten Grenzen? Zum Beispiel Bulgarien, Türkei? Sind Sie dafür, Zäune aufzustellen? Ich bin ganz klar dafür, dass wir Kontrolle darüber haben, wer in die Europäische Union hineinkommt. Sie erinnern sich an meine Frage? Sind Sie dafür, Zäune aufzustellen? Ich weiß nicht am Ende, ob Zäune wirklich bei der Größe, ob das das ist, was hilft. Wozu wären Sie bereit? Damit habe ich am Ende auch keine Probleme, wenn es das wirkungsvolle Mittel wäre. Weil wir müssen doch, es ist doch nichts ethisch Verwerfliches daran, dass wir eine Kontrolle darüber haben wollen, dass wir wissen wollen, wer in die Europäische Union hineinkommt. Und es ist doch nur ehrlich. Da reden aber Spitzenleute aus Ihrer Partei ganz, ganz anders darüber. Ja, aber die müssen sich damit auseinandersetzen, dass wir in der Europäischen Union erst mal wir als Bürgerinnen und Bürger einen enormen Wohlstand dadurch haben, dass wir uns frei bewegen können. Wir haben innerhalb der Europäischen Union die Freizügigkeit und die Waren können sich frei bewegen. Und am Ende des Tages, irgendwann muss ich doch sowieso wissen, wer in die Europäische Union, wer ins Land gekommen ist. Und das möchte ich am Ende Europäische Union, an der Grenze schon wissen. Eigentlich kein Problem. Eigentlich für ein staatliches Gebilde eine Selbstverständlichkeit. Es werden aber nicht weniger dadurch unbedingt. Nein, dadurch werden es noch nicht weniger. Aber es geht einfach darum, dass die Menschen direkt registriert sind, dass ich weiß, wer es ist. Und dann stellt sich die Frage... Wen lassen Sie rein? Wen lassen Sie nicht rein? Wie machen Sie das? Ja, aber anhand der Verfahren. Sie durchlaufen ja nur. Die Frage ist ja, wann durchlaufen Sie das Verfahren? Und ist das ein Verfahren durch unser BAMF, durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge? Ist das ein Verfahren, was über ein Jahr dauern muss? Oder geht das nicht zügiger? Und am Ende wäre es auch... Aber was heißt er konkret? Der steht jetzt da an diesem Zaun, den wir jetzt da bauen, und sagt Asyl. Ja? Lassen Sie ihn erst mal rein. Dann kommt Herr Machowitz und sagt, wenn er erst mal drin ist, bleibt er hier. Das ist gelebte Wirklichkeit. Auch wenn hier regelmäßig Menschen aus der SPD-Vorzugsweise anderes behaupten. Aber dann bleibt er hier. Also ich glaube, eine realistische, eine umsetzbare Möglichkeit wäre, weil das natürlich nicht, während ich am Grenzzaun stehe und mit dem Zöllner spreche, sage und der entscheidet dann. Ja? Dann brauche ich aber dort Aufenthaltszonen, wo die Menschen dann auch für mehrere Tage oder Wochen bleiben können. Das ist ja nichts anderes, als was wir momentan mit staatlichen Einrichtungen innerhalb Deutschlands haben. Das muss ja am Ende nicht ein, in meinen Augen, indiskutables Verfahren sein, das ein Jahr dauert, sondern in wenigen Wochen. Und dann würden Sie das Verfahren beschleunigen und die Leute im Zweifel wieder zurückschicken? Zum einen entweder direkt an der EU-Außengrenze oder natürlich auch, wenn wir mal eine vernünftige, belastbare Flüchtlingshilfe haben vor Ort, natürlich auch dann schon in Krisenregionen, dass dort die Möglichkeit besteht. Also, ich weiche nicht aus, sowohl an der EU-Außengrenze, Aufenthaltsräume, in denen das Verfahren ablaufen kann, als auch, dass wir das wirklich auch verlagern, wenn wir vor Ort in den Regionen, in den großen Flüchtlingszentren, die wirklich menschenwürdige Bedingungen liefern, dass auch dort die Menschen die Möglichkeit haben, einen Antrag auf Asyl oder eine Anerkennung als Flüchtling. Weil dann, Entschuldigung, das ist mir nur ganz wichtig, dann muss ich auch nicht mehr der Bevölkerung erklären, warum denn gefühlt zu 90 oder 95 Prozent sind nur noch Männer zwischen 15 und 25 diesen brutalen, von Kriminalität geprägten Weg zurücklegen, sondern wir kommen wieder dahin, dass wir Familien, Kindern, Frauen und alten Menschen helfen können. Guten.